Hallo, ihr Affen! Euer König ist da! Kommt ein Affe zum Arzt, sagt der Arzt raus. Leute, es gibt schon wieder viel zu viel Kaffeemangel. Wo ist mein zweites Level, du... Ursula! Hat nochmal gut gegangen, ne? I see you! Ich geh nach Hause. Aber es gibt ja viel zu viel zu tun. Weil wieder irgendwelche Rapparten ihre Seelenbruchstücke überall rumliegen lassen. Die kleinen Ferkel. Da kommt mir die Banane hoch. Ey, ich hab halt für den Plotwist, ne? Vielleicht ist das hier auch gar nicht die Hölle. Schnauze. Sondern das Paradies. Und das hier ist Eva. 55, ungebummst. Na? Wer hat denn da vom Boot? Äh, Baum der Erkenntnis genascht, ne? Ja. Ich wusste es. Also der Affe sieht irgendwie freundlicher aus. Kann das sein. Aber ich lass mich auch von kleinen Mädchen essen. Wird mich an dieser Stelle eher weniger... Okay, dann geh ich halt dein verzogenes Girl babysitten. Kein Ding für mich. Oh, das ist aber schade. Muss ich leider nach Hause. Was kann ich da? Mir Speedboost kaufen. Ah ja. Und das bringt jetzt was genau? Oh, Speedboost. Wer hättest du gedacht? Sag mal, hast du noch irgendwelche anderen nützlichen Items und Power-Ups, die ich mir kaufen kann? Oder hältst du die vor bis zum nächsten Level? Und super wohl ein bisschen knauserig geraten, hä? Außer mit dem Ausschnitt. Aber ich meine, was nützt mir denn ein Speedboost gegen das? Was? Ach, natürlich. Warum frage ich überhaupt? Als ob ich das mit meinem Holzkopf nicht auch so geschafft hätte. Ach, komm. Ihr könnt mit allem auffahren. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe Affen bezogen. Nein, ich vermisse die eigentlich nicht. Das letzte Mal, wo ich unschuldig war. Das klappt aber auch, Nussi. Ist das das nächste Level? Die Schule? Oh no. Wow. Ich fühle mich mega willkommen. Hi. Okay, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Kann ich jetzt bitte wieder nach Hause gehen? Oh. Ich habe gehört, dass wir einen neuen Studenten hier bald bekommen. Aber wir haben einen neuen Party für euch. Wir haben einen neuen Party für euch. Es ist wirklich schön, jemanden mit jemanden zu spielen zu haben. Ich habe einen neuen zum Spielen. Aber sie werden ziemlich verbringend. Haha. Aber du hast die Dinge hier ein bisschen aufregend machen. Ich kann mit ihr alles teilen. Alle Geheimnisse, alle Fehler. Ist das nicht ein bisschen falsch, dass mir das ein kleines Mädchen sagt? Aber ich muss die nicht. Also ich muss nicht mit der... Also ich habe nicht vor, die zu verstümmeln. Oh, guckt mal an. Es geht schon los. Was für eine Freude. Oh, habe ich jetzt überall diese Barrieren? Hell yeah. Das klingt nach einer Menge Spaß. Oh, nein. Bitte nicht. Ich... Kannst du nicht irgendwie frustriert sein wie ein ganz normaler Teenager und nichts mit mir zu tun haben wollen? Wo ist eigentlich meine Karte? Muss ich das jetzt hier unten... Wollt grad sagen. Ich hab's euch nicht gerade nach. Okay. Enemy revealed. Sie ist irgendwo ganz woanders und schneidet mir just in dem Moment den Weg ab. Hehe. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Hm, jetzt, nice. Hm, jetzt. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wirkt bis jetzt gar nicht mal wirklich schwerer als die letzte Folge. Die war wirklich affengeil. Oh! Oh! Was? Okay. Ich hab irgendwas Gutes gefunden. Oh no. Oh no. Sie kommt. Nein, 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 nein. Warte mal. Kann ich sie hinlocken? Mist, das ist jetzt weg! Warum musst du jetzt genau... Ich hasse kleine Mädchen. Ich hasse Seelenbruchstücke. Und ich hasse Schule. Und ich hasse alles, was Spaß macht. Oh, da haben wir noch ein Item. Gibi, Gibi! Yes! Wer ist jetzt der Weiße? Wer ist es denn jetzt? Okay, Sie haben recht. Ah! Ich darf halt noch nie vergessen, mein Power-Up zu benutzen. Vor allem die präziden Situationen wie diese. Habt ihr verstanden? Ah! 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 Yeah! Toll, toll! Wuhu! Spaß! Ready or not! Here I come! You can hide! 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 Das sind alle von den Schaden hier. Aber es ist nur hart. Der Ring-Ball ist noch aktiv. Es muss noch mehr in einem anderen Teil der Schule sein. Hurry, und find die nächste Zone! Ach ja! Der nächste Teil der Schule! Oh, hell yeah! Oh, es geht weiter! Oh, wunderbar! Oh, ich kann mich vor Freude gar nicht auf den Sitz halten! Lauf jetzt hier bitte durch! Ach, okay! So geht's! Du verstehst schon! Einen kleinen Cooldown! Ich weiß, du hast bestimmt extrem viele interessante Sachen zu erzählen. Aber, ähm, ich muss jetzt, äh, die große Dinge tun. Leute, die, äh, Sachen, die Erwachsene tun. Oh no, ich komm hier nicht mehr raus, oder? Je mehr ich doch so so... Alles klar! Dann ziehen wir's halt durch! Ich fühle mich. Alter, krass! Alter, krass! Das ist übelst krank, ey! Heftig, Mann! Okay, sollte ich das Ding einsammeln, oder soll ich's mir noch aufheben? Ich weiß nicht, wenn sie da jetzt durch diese Tür reinkommt, dann sollte ich's eventuell benutzen. Nur so ne Idee! Hahaha! Vielleicht durch eine Absidee! Wer weiß das schon! Aber sie scheint mich halt auch irgendwie nicht zu finden. Ach was, ich benutze das einfach! Warte mal, aber ich habe jetzt nicht nur drei Leben für alle Bereiche, oder? Ah! Ich bin genau in sie reingerannt! Ich voll Idiot! You are dead! Hahaha! Ach, was du nicht sagst! Warte, bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Nein! Nein, ich bin im zweiten Durchgang, oder? Oh mein Gott! Thank you! Aieieieieieieieieiei. glucoseüeyieiei. Aaaah! Somebody call this speed is perfect! Okay, nur noch 50 to go. Oh, da ist noch ein Item. Oh, lass mich das kriegen! Oh hell yeah, baby! Frizz doch! Friss dich richtig satt! Der replies. Okay, ich glaube, das ist der Bereich mit den letzten Shards. O no! Da ist noch ein Item. Warte mal. Das will ich mal noch einsetzen. Oh, yes. Oh, yes. Das ist richtig, richtig gut für den Endsport. Wenn ich sie sehen kann. Ich glaube, da ist noch eins. Oder ist sie das? Das ist sie. Oh, die hat bloß nicht gefragt. Die hat es gar nicht mitbekommen. Oh, Hilfe. Lass mich rein. Lass mich rein. Die Einzelnen, die liegen hier irgendwo verstreut, ey. So, nur noch zwei. Wo sind die denn abgeblieben? Oh, da. Dort drüben. Die ist da, da. Die ist da. Okay, sehr gut. Ja, ich weiß. Wo ist der verdammte Ausgang? Wo ist er? Ich hab das doch nicht gefunden. Nein, Hilfe. Ah, nein. Nein. Nein, du Monster. Nein. Ich hab alle eingesammelt. Das setzt da immer wieder ein. Warte, ich will jetzt wissen, was passiert. No way. Wie viel muss ich sammeln? Null. Oh, thank God. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist die Halle. Yes, yes. Mmh, hell yeah, baby. Ich habe gewonnen. Nein. Ja, ich weiß. Das ist richtig frustrierend. Nen Kackleben. Mann, oh. Mmh. Ich schnaube und stampfe auf. So wütend bin ich. Ach, ist das ärgerlich. Ich bin eine schreckliche Person. Ich schwör's dir, ich kaufe dir einen Lollipop oder sowas in der Hand. You made Daddy mad. You made Daddy mad. Hi. Bist du Daddy? Oh Gott, es ist Daddy. Es ist sowas von Daddy. Hilfe. Und jetzt? Äh. Und nun? Ah. Was? 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 Nein. Nein. Halt dein Maul. Nein. Wenn ich jetzt verliere, muss ich nicht nochmal anfangen und alle Schaden sammeln hab. Oh Gott. Oh meine Güte. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Wo muss ich denn hin? Oh no. Ich weiß nicht wo. Was muss ich tun? Warte mal. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Obwohl, warum würde das Spiel denn wollen, dass ich hier wieder reingehe? Willst du nicht, Seth? Du hast es einfach verkackt. Also, ich weiß doch. Oh, nö. Ah, ah, was? Was? Das ist doch nicht euer Scheiß. Ernst. Warte. Wo, wo? Wo komme ich jetzt hin? Oh Gott, Dankeschön. Okay, Leute. Ich glaube, ich habe es kapiert. Ich darf auf keinen Fall dieses Portal da aktivieren. Weil sonst wird die Kleinen halt viel aggressiver und gefährlicher. Die tauchen hier immer weiter auf. Und ich habe das Gefühl, manchmal kann ich das nicht wirklich verhindern, da durchzulaufen. Einfach, weil es mitten im Weg steht oder um Ecken oder so, wo man es einfach nicht wirklich mitkriegt. Und ich weiß zum Teufel nicht mal, wo ich hin muss, ey. Wo geht es lang? Ich weiß, dass ich den Ausgang wiederfinden muss. Also, halt richtig wieder weiter zurück. Warte mal, was ist hier? Oh, ich habe es gefunden. Warte. Wieso nicht? Wieso nicht? Was? Muss ich das doch aktivieren? Ich weiß nicht. Die nennt mich immer Idiot, wenn ich das tue. Okay, warte mal. Das finden wir. Das finden wir. Wo ist das Ding? Ei, 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 da ist eins. Wie kommt man da wieder hin? Wir müssen da wieder hier rum oder so. Ich habe keinen Plan. Ich habe doch keine Ahnung. Hilfe. Oh, oh, oh. Ah. So bescheuert. Das ist einfach so dumm. Oh Gott. No way. Alter, was passiert? Was passiert? Jetzt kann ich weg? Was soll ich tun? Was, was, was? Oh mein Gott. Was ist mit diesem Spiel los, Alter? Ich musste zuerst wieder zur Bühne? Wie dumm ist das denn, ey? Ich soll nur das wissen. Oh mein Gott, ist das nervig, ey. Sorry, dieses Level, das sackt so rein, ey. Boah, Alter. Aber wir haben es geschafft, ey. Ey, nur vollkommen Latte, was für ein Rang ist. Wait, ey. Wenn er das hier mal interessiert. Ach, komm, hör auf. Oh no. Wie viel, denn es wird jetzt immer schwerer, oder was? Acht verdammte Level. Willst du mich rollen? Sie war fast das gleiche Alter. Oh, na dann. Okay, gut. Memories betray me here. Die Erinnerungen führen mich hinters Licht. Ich muss weitermachen. Ich brauche nur zu überleben. Das ist ein Pro-Tipp, ne? Nur ein bisschen länger. Ach, so. Ach, darin liegt das Geheimnis. Nicht nur überleben, sondern auch ein bisschen länger davon. Hm. Schon klar. Oh, yeah. Super. Ach, weißt du was? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nö. Zumindest nicht heute, Freunde. Können wir da irgendwas kaufen? Vielleicht. Oh, Speed Force. Oh, ja. Geh bitte, Baby. Aha, aha. Alles klar, liebe Leute. Das war es für diese Runde von Wonderbrand Simulator. Weiter geht's in der nächsten. Wenn ihr denn so wollt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und so zeigt es mir, dass ihr das gerne sehen möchtet. Ja, es ist eine Herausforderung. Ja, es macht ein bisschen Spaß. Wie ich ehrlich bin. Aber das Level gerade war super, super frustriert. Und wenn das jetzt mit der Frustration, mit dem Grad weitergeht, dann... Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt durchziehe. Aber das dritte Level kann ich mir zumindest noch angucken. Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Und wie gesagt, wenn ihr Spaß hattet, gerne einen kostenlosen Like da lassen. Bis dann, Freunde. Haut rein und ciao, 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 ciao.